So, da bin ich wieder, mit den Betten der Hand, äh, unerkannt, naja, äh, weiter geht's, hier unten laufen bestimmt irgendwo Monster rum, das finde ich natürlich toll, nein, findet er nicht, so, Schwert habe ich. Hier unten ist schon mal wieder Eisen, also was wir hier alles haben, an Boden schätzen. Da ist ein Zombios. Was war da gerade? Ich will's nicht so richtig wissen. Nicht so richtig. Ja, eine schöne Insel. Mit sehr vielen Männereien, zum Ausrauben. Finde ich gut. Was heißt, ausrauben, ausbeuten, was die Mineralien angeht, alle, alle Rohstoffe, Mineralien, etc. Weg. Oh, da ist schon wieder ein Zombie. Ja. Äh. Ein Mini-Zombie. Oh, ein Baby zum Baby, süß. Nein, Spaß. Das Ding bringt dich um. Also zumindest kann ich darüber keine Witze machen, ne? Das Ding bringt dich wirklich um. Das ist so sau schnell. Nein. Evil Creeper. Das ist der Erbil Creeper. Also, ich merke das ja nicht, wenn ihr so... Och, ich hasse es. Ich höre dauernd Zombies. Und wenn sich dann einer von hinten anschleicht... Oh, wie ist denn der jetzt hier gespawnt? Kann bestimmt noch von dort oben runter. Muss man hier wirklich mal auf der Hut sein. Und wenn man die Dinger nicht hört, dann sieht man sie, wenn es zu spät ist. Das hasse ich vor allen Dingen, wenn ich hier gerade eben so schön am Kohle abbauen bin. Was ich natürlich mag. Rohstoffe abbauen. Wenn es nicht allzu lang dauert. So, ich überziehe gerade den Part hier maßlos. Dann wird eben da mal ein längerer Part draus, aber egal. Ach, ne. Ne, ne, ne. Ich glaube, ich habe ja sogar schon neun angefangen. Doch, habe ich. Habe ich, habe ich, habe ich. Tut mich leid. Tut mich leid. Gut. Schön viel Kohle, aber richtig viel. Wenn man einmal auf eine schöne Kohleader stößt, dann muss da richtig viel Kohle rauskommen. Aber richtig viel. Ist bei mir dann schon fast so ein Stack. Und den habe ich jetzt schon fast zusammen, aber ich habe ja schon vorher mal. Aber, das ist schon gut. Ist schon. Das war jetzt gerade eben eine Zusammensetzung aus gut und schön. Goen. Karl Goen. Äh, kein, kein Produktplacement. Wollte ich ja nicht machen. Äh. Tut mich auch leid. So, hier lässt sich gerade eben schlecht mitbauen, glaube ich. Das ist doch immer noch das Beste. Toll, jetzt hat sie meine schöne Fackel weggespült. Aber hier oben ist immer noch, äh, Kohle. Ja, und falls ich kurze Störungen während des Videos bekommen sollte, wundert euch nicht. Ich bin auch nur ein normaler Mensch. Ich habe eine. Ich bin auch ein Schüler. Ich habe Familie. Also Eltern und Schwester und alles, was dazugehört. Alle möglichen Probleme, die diese Sache mit sich bringt. Ja. Gut. Dann wollten wir hier noch ein bisschen schön Kohle abbauen. So weit runter in die Erde wollte ich jetzt nicht drängen. Ich will jetzt keine Höhlenerkundung machen. Dafür bin ich erstens zu schlecht gerüstet. An Rüstung fehlt es mir nämlich weit aus. Also, äh, weit, äh, mehr als genug. Denn ich habe gar keine. Wie ihr ja auch seht. Und, ja. Deswegen werde ich mich erstmal nicht in größere Höhlen trauen. Sondern nur die schönen Rohstoffe in der Nähe abbauen. So, das nehme ich mal. Ah, Sand. So. Gut, das war das angefangene Haus. Hier oben stolziert eine Kur umher. Ich wollte aber, ich bin aber eigentlich hierher gekommen. Um. Ja, es ist ja eigentlich eine schöne Landschaft. Also, eigentlich könnte ich auch hier mein Haus her bauen. Weil hier sind viel mehr Rohstoffe als da drüben auf der einsamen Insel. Aber jetzt habe ich es einmal da drüben gebaut. Und da habe ich jetzt auch irgendwie keinen Bock mehr, das hier rüber zu schaffen. Ich werde mir dann schon, ähm, eine Verbindung hierher bauen. Und dann mit mein Kart hier lang cruisen. Ja, ich sag cruisen. So, der Part neigt sich dann auch schon wieder dem Ende zu. Aber davon werdet ihr hier nichts spüren. Ich werde hier gnadenlos durchpowern. Ich darf es mal wieder was essen. Gut. Schönen Holz abbauen. Ja, das kann ich mir eigentlich sparen. Das kann ich ja auch im Video jetzt einfach verschnellern. Da ich hier die ganze Zeit nur Holz abbaue. Aber das mache ich nicht. Ihr seid ja live dabei. Ihr seht alles, was ich mache. So, hier noch ein paar Sepplings mitnehmen. Die muss ich ja mitnehmen. Damit ich sie dann auf meiner kleinen Insel pflanzen kann. Meistens mache ich mir dann immer ein Weil um mein Grundstück gemacht. Wenn ich jetzt bloß noch wissen würde, wo ich hergekommen bin, das wäre ja noch das Beste. Aber ich nehme jetzt erstmal so viel wie möglich mit. Auch an Sepplings habe ich erst fünf. Ich glaube, ich werde mich jetzt erstmal hier einfach mal auf so einer Heide schnell wieder mein Bett errichten. Und schnell einschlafen, wenn wir da aufstehen. Ja, es ist noch nicht nacht. Das heißt, ich kann auch noch schön Holz abbauen. Gut. Komm. Der Mond ist doch schon aufgegangen. Und schnell wieder aufstehen, gucken. Zombies, 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 Zombies. Zombies, keins. Bios ist anscheinend abgestotzt. Naja, egal. Wenn es keine Zombies gibt hier. So, und hier habe ich natürlich viele Schafe. Schafe brauche ich aber nicht. Wie viel Holz habe ich denn jetzt? Erstmal genügend, aber ich brauche jetzt noch ein paar Sepplings, damit ich dann auf meiner Insel wieder genügend anpflanzen kann. Dann werde ich jetzt erstmal diese ganz... Ach, ich baue jetzt einfach mal die ganze... das ganze Zeug hier ab. Ne, Birken-Sapling brauche ich ja nicht. Ich brauche solche Saplings. Ah, ja, ganz viele Saplings. Also 10, 20 wären schon eine schön, wenn ich da jetzt so viel kriegen würde. Hm. Oh, Pferde! Wer hätte es gedacht? Ja gut, wir sind bei 1.6.2. Ne, da gibt es auch Pferde! Mein Pferdchen, mein Pferdchen. Da kann ich ja, wenn ich genügend, äh... So, ich mache jetzt erstmal Cowboy! Normalerweise hätte ich da ein Achievement gekriegt, wenn ich eine Kuh umbringe, aber egal. Und wenn ich... Ach, verdammt! Ein Skeletten! Wenn ich natürlich schon so doof bin und ich reinguck, was in der Höhle ist, ne, dann erschießt es mich, bevor ich es sehe. Noch viel Zuckerrohr mitnehmen. Noch ein paar Kühle töten. Ich bei denen jetzt nichts gekriegt. Vier Leder, also ich würde gerne mal so viel Leder mitnehmen, damit man wenigstens eine Lederrüstung machen kann. Einen Sattel habe ich ja schon. Da müsste ich jetzt noch etwas... ...viele Kühe töten. Ah, wir haben ja Zeit. Einen Samen! Gut! Gut! Gut, gut! Gut, gut! Gut, gut! Wie viel habe ich jetzt? Elf, ist immer noch zu wenig. Ich brauche mindestens 30 oder so. Warte, ich brauche vierer für die Schuhe. Für die Hose brauche ich sieben. Das sind elf. Das sind elf. Für den Helm brauche ich... ...fünfer. Das sind 16. Und fürs Oberteil... Ach, du Heiliger! Leck me fett! Heilige Scheiße! Ja. Ne? Ich habe mich ablenken lassen. Entschuldigung. Aber bei so einem großen Abgrund kann ich nicht Halt machen. Ja. Ähm... Also... Ach, das ist ja... Das ist eine Kluft hier. Aha. Ne, dann... Das Oberteil. Wir waren bei... Wir waren bei... Jetzt habe ich mich wieder verzählt. Es waren 11. Es waren 16. So. 16. Plus nochmal... Das müsste ich natürlich gucken. Ich bin gar nicht so gebildet. Wie, wie, wie... Was man für ein Oberteil braucht. Wie viel. Aber ich glaube, das waren... 6er... 7er, 8er... 14 habe ich ja schon mal. Ja, warum nimmt er nicht einfach mal sein Schwert? Ja, weil er zu doof ist, das rauszunehmen. Und die Kuh schon vorher angreift. Gut. 16 habe ich schon mal. Ähm... Zack, 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 zack. Ich glaube, da brauchen wir nochmal achte. Das heißt, 24. Das heißt, ich habe noch nicht genügend. Ich schlapp es hier jetzt mal schnell noch ein bisschen. Ja, noch 5er. Das müsste ich noch bekommen. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Kurzunterbrechung. Tschuldige Gong. Schuldige Gong. Nein, nein. Ich habe erst 22, mir fehlen noch 2, laut meiner Rechnung, die hoffentlich aufgeht. Ja, und dann, wenn ich das letzte bisschen, ja, habe ich jetzt. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, die Kuh macht muh und ich auch, viele Kühe machen Mühe und mir macht auch das Let's Playen. Also, bis zum nächsten Mal, tschüss.